Die Details sind mir sehr wichtig, sowohl im Privaten beim Pralinenmachen als auch auf der Arbeit mit den Produkten. Mein Name ist Katharina Loch. Ich arbeite bei Kaufland als Zentraleinkäuferin für Textilien. Angefangen hat alles bei Kaufland mit einem Praktikum in Hongkong und dann habe ich beschlossen in der Zentrale anzufangen in Heilbronn. Eine Zentraleinkäuferin bei Kaufland hat viele Facetten. Meine Hauptaufgabe ist die Ware mit bester Qualität, besten Designs und bestem Preis den Kunden näherzubringen. Drei Eigenschaften, um einen Lieferanten zu überzeugen, wären Selbstbewusstsein, Fachkompetenz und Energie und Motivation, auch das Ziel zu erreichen. Die Kreativität wurde mir ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Mutter ist nämlich Künstlerin und diese Kreativität hat mich natürlich geprägt im Sinne von verschiedenen Zusammenspiele, von Textilmaterialien, Farben. Besonders Spaß macht mir die Arbeit mit den Kollegen. Trotz schwierigen Zeiten oder mal stressigen Zeiten halten wir zusammen und versuchen dann immer die besten Lösungen zu finden. Eine perfekte Woche gibt es nicht. Bei uns gibt es eine herausfordernde Woche, eine abwechslungsreiche Woche, ein Auf und Ab und das ist für mich letztendlich auch eine perfekte Woche. Das ist meine Woche. Wann ist dein erster Tag?